Hallo Fotofreunde! Nicht ganz unstolz kann ich euch jetzt berichten, dass wir einen neuen Workshop für euch am Start haben. Wir, das bedeutet Fotokoch und ich, wir haben da relativ lange für gebraucht. Mein Vater würde sagen, gut Ding will Weile haben. Billig kauft teuer, wird er auch sagen, aber das passt jetzt hier nicht her. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben da relativ lange dran rumkonzeptioniert, wie man so schön sagt. Und es wird ein Porträt Workshop an einem Lost Place werden. Also, es wird ein bisschen Abenteuer geben. Wir werden ein sehr bezauberndes Modell dabei haben. Ich habe mir den Lost Place schon mal angeguckt. Ich blende jetzt hier mal eben ganz kurz den schnellen Durchlauf ein und ihr seht, das ist zwar fast forward, aber ja, das Ding ist relativ groß und man kann sich da auch schon mal verlaufen und es ist auch schon mal unwirtlich und es ist auch schon mal unheimlich. Und wir haben Available Light und wir haben große Maschinen und wir haben jede Menge Lost Place. Ja, falls ihr Lust habt, diesen Workshop zu buchen, könnt ihr es bei Fotokoch tun. Der dauert vier Stunden. Wir werden so ein bisschen über die Grundlagen der Porträtfotografie im Speziellen auf den Lost Place zugeschnitten sprechen. Modelführung wird auch Thema sein, aber ich glaube, den großen Reiz der ganzen Geschichte macht es aus, ja, in diesem nicht ganz erschlossenen Bereich und der ist einige tausend Quadratmeter groß, kann ich euch berichten, coole Fotospots zu finden. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, mich in den Lost Place zu begleiten. Wie gesagt, alle Infos findet ihr auf der Homepage von Fotokoch bei den Workshops. Wir können uns auf dem истории verbunden werden. Weiter weiter. Vielen Dank.